Die Consist Software Solutions GmbH ist Spezialist für Individualanwendungen sowie ausgewählte Softwarelösungen. Das Unternehmen verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Informationstechnologie. Getreu dem Slogan Push it Forward gestaltet das Unternehmen mit innovativem IT-Lösung die Informationstechnologie seiner Kunden. Die Geschäftstätigkeit basiert auf den drei Säulen. Neben Professionals & Projects und Managed Services werden Solutions geliefert. Selbstentwickelte Anwendungen wie Modavi für den elektronischen Datenaustausch in der Abfallwirtschaft, die Tracking-Software Vers, den Performance-Monitor Performon oder Consist ADS zur Modernisierung von Altsystemen. Der Zielmarkt besteht branchenübergreifend aus mittleren und großen Unternehmen und Organisationen. Primär in Deutschland, aber auch weltweit, werden mehr als 600 Kunden betreut. Consist Software Solutions ist mit einem Umsatz von mehr als 20 Millionen Euro und 120 Mitarbeitern die bedeutendste europäische Tochtergesellschaft der Consist World Group. Besondere Erwähnung beim Engagement verdient der Kauf und die Sanierung des denkmalgeschützten, 1997 erworbenen Firmengebäudes das zu der historischen Struktur des Ende des 19. Jahrhunderts entstandenen Industrie- und Marineareals Kiel-Friedrichsort gehört. Im Gebäude erinnert eine Galerie an die Geschichte des Standorts, an dem mit dem Matrosenaufstand 1918 die Demokratisierung Deutschlands begann. Außerdem unterstützt Consist die Kieler Hansekocke und die Veranstaltung Kiel Sailing City. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017